Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 41.000, ja knapp 300 US-Dollar. Wir haben uns etwas gestern erholt von diesen ganzen, sag ich mal von den Tees bei 39.000 US-Dollar. Wie geht's jetzt weiter, werden wir uns jetzt ganz genau anschauen, bevor wir durchstarten. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Wie gesagt, momentan 41.300 US-Dollar. Aber wir sind momentan inmitten der vier Stunden Yemel-Ribbons. Wir hatten gestern diesen kleinen Pump. Volumen war ordentlich da, sag ich mal, also kann man schon durchgehen lassen. Zuvor haben wir natürlich unser Golden Pocket gehalten, von dem wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Dass es extrem wichtig ist, diese Zone zu halten. Wir haben nicht ganz den S1 angetestet. Ich schreibe es trotzdem noch nicht wirklich ab. Also wir konsolidieren jetzt hier bei diesen 41.300 US-Dollar. Der nächste sieht nicht wie Kante, Widerstand liegt bei ungefähr 42.200 bis ungefähr 42.000. Hier ist eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone. Und sollten wir jetzt unser Fibonacci Retracement-Level von diesem letzten hoch bei 44.000 bis hier runterziehen bei 39.000 US-Dollar, würde auch hier noch ein kleineres Golden Pocket liegen. Das heißt, hier kommt wieder eine Menge, Menge Widerstand zustande. Was ich mir dann gut vorstellen kann. Entweder kriegen wir jetzt noch im Laufe unseres Tages, sag ich mal, diesen Pump in diese Region hier oben. Hier oben liegt dann auch noch in der Nähe, sag ich mal, der 200er SMA, der 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Also ihr seht, da kommt eine Menge, Menge Widerstand hier, vor allem dann in diesen 42.000, 43.000 zusammen. Dass wir hier dann vielleicht nochmal rejected werden, vielleicht nochmal einen kleinen Dump nach unten hinkriegen in die Region von 41.200 US-Dollar. Ehemalige Range antesten, beziehungsweise hier diese Demand-Zone, um dann mit neuem Schwung nach oben hin auszubrechen. Momentan ist mir das alles noch ein bisschen zu unsicher. Jeder, der unten eine Position aufgemacht hat im Golden Pocket, ich habe unten ein bisschen vergrößert. Das heißt, mein Entry ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen weiter unten. Ich habe ja meine Position hier oben beim Monats-Pivot aufgemacht. Die ist natürlich immer noch offen, aber ich habe sie halt vergrößert hier unten dann in diesem Bereich. Wer da unten eine neue Position aufgemacht hat, Stop-Loss würde ich jetzt am besten auf Entry setzen. Erste Profite dann langsam rausnehmen und dann seid ihr wenigstens da schon mal beruhigt. Den Rest müssen wir abwarten. Wie gesagt, das ist immer noch ein bisschen Unsicherheit. Wir nähern uns jetzt schon wieder dem Wochenende. Ja, die Woche ist schon wieder langsam rum. Auch für mich im Urlaub. Ansonsten ein bisschen vorsichtig noch. Ich traue dem Ganzen die ganze Zeit wirklich noch nicht so wirklich. Wichtig ist, die 4 Stunden E-Mail-Rooms müssen nachhaltig durchbrochen werden nach oben hin. 200er SMA, 200er EMA auch auf jeden Fall. Also das sind so die Zonen, die ich momentan im Blick habe. Sobald wir da wirklich drüber sehen und eine Bestätigung sehen und dann wirklich ein schönes Breakout nach oben hin, sieht das alles wieder ganz gut aus. Doch momentan bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch, dass wir nicht doch nochmal hier unten in diese Zone rein können und sogar diesen S1 bei 39.000 US-Dollar noch einmal antesten können. Also ausschließen möchte ich es weiterhin nicht. RSI hat auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Was uns fehlt, ist einfach noch ein bisschen pumpartiges Volumen, sag ich mal, dass wir weiterhin nach oben ausbrechen können. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Wir schauen uns mal ganz kurz noch den Daily Chart an. Der sieht eigentlich auch relativ gut aus. Auch hier aber minimales Volumen. RSI ist natürlich deutlich abgekühlt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Volumen, wie gesagt, fehlt hier noch ein bisschen. Also wir sehen hier kein signifikantes Kaufvolumen, was hier reinkommt. Und das Abverkaufsvolumen war immer noch tags zuvor oder zwei Tage zuvor immer noch deutlich größer, als diese Bike-Handles, die jetzt hier reingekommen sind. Aber auch hier auf dem Daily würde es dann vielleicht ganz gut aussehen, sollten wir hier wirklich nochmal runterkommen. Und dann hätten wir auf dem Daily auch ein schönes W-Pattern und könnten dann versuchen, nach oben hin auszubrechen. Die E-Mail-Ribbons liegen übrigens auch hier in dem Bereich von 42.000, 43.000 US-Dollar auf dem Daily. Also ihr seht, da ist wirklich eine Menge, Menge Widerstand. Ob wir da jetzt gleich sofort beim ersten Anschlag durchkommen, bezweifle ich momentan. Aber gut, kann natürlich passieren. Ansonsten, Rücksetzer nochmal in diese Region ist möglich. Doppelter Boden hier unten bilden, um nochmal diese Zone des ehemaligen Widerstands von hier drüben nochmal als Support zu bestätigen. Schönes W-Pattern bilden und dann nach oben hin auszubrechen. Und dann sieht das alles auch schon ganz beruhigender aus, sage ich jetzt mal. Schauen wir uns Ethereum an. Dafür gehen wir aber wieder in den 4-Stunden-Chart. Gefällt mir besser. Auch hier haben wir über unser W-Pattern gesprochen. Schön eigentlich nach oben hin ausgebrochen mit einer schönen Bestätigung des Monats-Pivots. Jetzt sind wir auch hier inmitten. 200 SMA, 200 EMA, 4 Stunden EMA-Ribbons. Und wir haben hier etwas zu kämpfen mit dieser ehemaligen Supportzone, die jetzt mittlerweile als Widerstand anerkannt wurde. Ihr seht es hier drüben. War erst hier drüben Widerstand. Support, Support. Wir sind runtergefallen. Jetzt ist es erstmal Widerstand. Also es wird wichtig hier auf jeden Fall dieses 0382 bei ungefähr 3.160 bis ungefähr 3.140 auf jeden Fall nachhaltig zu durchbrechen. Ist auch das Preisziel von unserem W-Pattern. Also es ist genau am Ende dieser 4-Stunden-EMA-Ribbons, wer dieses W getradet hat. Auf jeden Fall auch hier Stop-Loss sollte entry sein. Erste Profite eingefahren sein und dann einfach beruhigen und zugucken. Ansonsten sollten wir jetzt hier die Probleme weiterhin haben und Bitcoin natürlich auch. Und wir sehen nochmal einen Rücksetzer. Ist dann hier auch dieses Nächste halt wieder hier um diese 3.000 US-Dollar. 3.030 US-Dollar, wenn wir hier das 05 auf Fibonacci Retracement Level nochmal antesten sollten. Beziehungsweise hier unten liegt auch dann eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone. Man sieht es hier ganz gut. Also diesen Bereich würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten für einen möglichen Retest. 3.000 US-Dollar bis ungefähr 3.050 US-Dollar. Größere Zone, aber auf jeden Fall im Blick behalten. Ansonsten können wir auch mal hier aus Jux und Tollerei einfach mal das Fibonacci Retracement Level ziehen. Sehen wir auch, okay, dieser Bereich, den wir gerade angesprochen haben, diese 3.160. Hier liegt auch das Golden Pocket von dieser kleineren Verkaufswelle. Also es passt hier wieder viel, viel überein. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano, gleiches Spiel. Wir hatten auch hier Probleme mit dem 0.618, das zu halten. Beziehungsweise mit dem Golden Pocket haben es aber dann doch geschafft. Sind hier ein bisschen konsolidiert. Aber so ein richtiges Breakout haben wir auch hier noch nicht gesehen. Volumen, deutlich Mangelware, RSI absolut abgekühlt, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Trotzdem, wichtige Zone hier auf jeden Fall die 1-Dollar-Marke, die anscheinend jetzt richtig dicker Widerstand auf jeden Fall sein wird. Einerseits kleine 4-Stunden-Supply-Zone. Man sieht es jetzt hier nicht richtig, ich zoome mal ein bisschen weiter raus. So, hier eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone. Darüber gleich die nächste 200, der SMA, 200, der EMA, 4-Stunden E-Mail-Ribbons. Also ihr seht, da kommt eine Menge hier wirklich in diesem Bereich zusammen. Also für mich momentan wirklich noch keine Möglichkeit, hier einen Trade zu öffnen. Da müssen wir erstmal die nächsten Tage, vor allem jetzt dann übers Wochenende abwarten. Wichtig wäre es dann vielleicht hier, dass wir da oben nochmal rejected werden am Monats-Pivot. Vielleicht nochmal ein bisschen konsolidieren übers Wochenende, so eine Art Inverse Head & Shoulders bilden. und dann nach oben hin ausbrechen am Ende der Woche, beziehungsweise am Anfang der neuen Woche. Wäre so das Wunsch-Szenario, können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ansonsten ein Pump auf jeden Fall hier bis in die Region von 1,01 beziehungsweise 1,02 ist auf jeden Fall möglich, weil wir einfach dieses Void, also diese Ineffizienz im Markt, erst einmal füllen könnten. Würde den Markt auch ganz gut tun und danach müssen wir weiterschauen, ob dann die Kraft wirklich noch reicht, um noch etwas höher zu steigen. Gut, schauen wir uns XRP noch an. Wo haben wir denn XRP? Jetzt bin ich wieder raus. 0,73$ momentan. Auch hier Monats-S1 hat gehalten, unsere grüne Supportbox hat hier unten gehalten, war auch wichtig. Ansonsten wäre es hier nochmal einen Step tiefer gegangen Richtung 0,65$. Aber auch hier XRP, ich weiß auch nicht, ich bin momentan kein Fan davon, das zu traden, weil die Verluste deutlich höher sind, sobald Bitcoin doch mal ein bisschen näher einbricht. Also halten sich manche Altcoins ein bisschen stabiler. Und ansonsten, ich wenig Bullisches sehe. Klar, man kann jetzt wieder auf SEC-Entscheidungen, aber ich meine, es ist seit Monaten, jeder wird wahrscheinlich schon denken, okay, das geht positiv aus. Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich jetzt sagen würde, okay, danach trade ich jetzt. Da warte ich jetzt auch erstmal ein bisschen ab, bevor ich hier in XRP einsteige. Ansonsten, die anderen Trades laufen ja ganz gut, beziehungsweise Bitcoin, Ethereum, das W-Pattern. Also es gibt schon einige andere Coins, wo man traden kann. Deswegen halte ich mich ein bisschen so von generell Altcoins momentan ein bisschen zurück, weil mir das einfach ein bisschen zu riskant ist. Schauen wir uns auch ganz kurz Luna an. Auch Luna, wenig Bewegung, haben ja erst gestern, glaube ich, wieder 2800 BTC gekauft. Oder vorgestern war es zwar, gestern kam ja kein Video. Aber gut, hat wenig Auswirkungen auf den Kurs. Die haben gesagt, sie stecken 3 Milliarden rein. Ich glaube, jetzt sind wir bei 1,9 oder 2 Milliarden schon, wo sie reingesteckt haben in Bitcoin. Wird man dann sehen, also wirkliche Kursaussichten hat es nicht. Ansonsten, kurzfristiges Potenzial haben wir auf jeden Fall hier in dem Bereich bis 94 US-Dollar. 94 bis ungefähr 96, also bis zum Monatspewit. Aufgrund auch hier dieses Voids am linken Rand. Ineffizienz im Markt. Die möchte natürlich irgendwann früher oder später rausgenommen werden. RSI vielleicht nochmal diesen Widerstand hier im Auge behalten. Bei ungefähr, wo haben wir es denn? Da, wo wir jetzt ungefähr sind. Also da müssen wir auf jeden Fall rüber, über die 48% oder wie man auch immer dazu sagt. Dann ist es möglich, dass wir hier in den Bereich von 96 US-Dollar kommen. Ihr seht auch hier oben diese Confluence. 200 SMA, 200 EMA, 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Also hier oben dann spätestens Profite nehmen. Ansonsten schauen wir uns auch ganz kurz die News an. War ein bisschen längeres Video. Sonic Game-Entwickler Sega steigt doch in den NFT-Markt ein. Jeder will jetzt in den NFT-Markt, ich verstehe das nicht. Aber gut, es gibt viel Kohle zu holen. Why not? Wenn euch der Artikel interessiert, ich werde ihn euch später oder heute Nachmittag dann auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe stellen. Kommt auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe. Ansonsten würde ich sagen, beendet mal das Video. Morgen früh wird es noch ein Update-Video geben, bevor es dann wieder nach Hause, nach Deutschland geht. Ansonsten vielleicht, also wenn ich heute Abend Livestream mache, wenn dann wirklich spontan, weil ich noch gucken muss, ob ich einfach noch ein bisschen chill. Aber gut, wenn ihr Bock auf Livestream habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns dann spätestens morgen früh wieder. Ansonsten heute Abend um, was machen wir, 19 Uhr einfach. 19 Uhr, wenn ihr Bock habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Ansonsten schönen Tag und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.